Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Hochdruckwetter im Winter bedeutet oftmals Nebel oder hochnebelartige Bewölkung. Hochdruck im Sommer Sonnenschein. Und was hatten wir heute? Vor allem letzteres. Aber der Tag begann heute Morgen, das ist das erste Satellitenbild von 7.30 Uhr, vor allem in der Mitte unseres Landes, am Rand der Mittelgebirge und in einigen Tälern mit Nebel, der sich aber dann im Verlauf des Tages schnell aufgelöst hat und übrig geblieben sind neben sehr viel blauem Himmel und Sonnenschein nur noch wenige klitzekleine Wolken, die es aktuell immer noch gibt, aber die kaum weiter stören. Und deshalb wird es auch mit Hochdruck in den nächsten Tagen ähnlich weitergehen. Viel, viel Sonnenschein. Wir werden viele solcher Bilder wie dieses hier in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Das hat aber auch eine Kehrseite, Stichwort Sonnenbrandgefahr. Der UV-Index zeigt das. Das ist die UV-Index-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für den morgigen Samstag im Norden. Stufe 5 bis 6 im Süden, 7 zum Teil, im ganzen Süden sogar 8. Das ist übrigens eine 13-teilige Skala. Schauen wir kurz noch auf den Pfingstsonntag. Dann sehen wir im Norden etwas weniger, weil hier mal doch etwas dichtere Wolkenfelder hereinziehen. Aber was bedeuten diese Zahlen? 6 bis 7 bedeutet eine hohe gesundheitliche Gefährdung, 8 sogar sehr hohe Gefährdung. Und bei diesen Zahlen sollte man sich auf jeden Fall vor der Sonne schützen durch entsprechende Kleidung oder natürlich durch Sonnencreme. Und vor allem in der Mittagszeit nur im Schatten sich aufhalten, nicht unbedingt in die pralle Sonne gehen. So, nach diesen Warnhinweisen schauen wir aufs Wetter. Heute Nacht ist es oftmals sternklar. Die wenigen Wolkenfelder haben wir am Anfang auf dem Satellitenfilm gesehen. Und erneut können sich vor allem so in den Mittelgebirgstallagen oder am Nordrand der Mittelgebirge ein paar Nebelfelder bilden, die sich aber morgen früh auch sehr schnell wieder auflösen. Die Temperaturen, wir sehen es auch hier, wo es am kältesten ist, 2 bis 8 Grad in der norddeutschen Tiefebene und in der Mitte unseres Landes deutlich wärmer, im Südwesten 11 bis 13 Grad. Und dann geht es morgen am Samstagvormittag los mit viel Sonnenschein, kaum Wolken zu sehen im Nordwesten, vielleicht ein paar Wolkenfelder. Auch am Alpenrand können sich ein paar Quellwolken bilden, ansonsten passiert nichts. Und im Verlauf des Tages ändert sich daran auch nur sehr wenig. Dann sind ein paar kleinere Quellwolken über den Mittelgebirgsgipfeln zu finden oder im Nordosten kann es ebenfalls ein paar schönen Wetterquellwolken geben. Aber das war's dann auch schon. Die Temperaturen erreichen morgen auf Helgoland 13 Grad, an der Ostseeküste 16, 17 Grad, sonst im Norden und in der Mitte 19 bis 23 Grad, in der Südhälfte 24 bis 27 Grad. Der Wind weht dazu aus nordöstlichen Richtungen, meist mit Stärke 2 bis 4 im Mittel. Zu den weiteren Aussichten. Und da sehen wir den Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Am Sonntag kommen, wie schon gezeigt, ein paar Wolkenfelder aus Norden herein, die aber sich dann allmählich nach Süden hin weiterbewegen und allmählich auch auflösen. Im Verlauf des Tages? Die Temperaturen steigen am Sonntag auf 20 bis 27 Grad. Am Montag ebenfalls wieder viel Sonnenschein, nur wenige lockere Wolken. Das Ganze bei 18 bis maximal 26 Grad. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das Ganze bei 18 bis 28 Grad. Am Montag. 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 Am